Herzlich Willkommen auf der ReaCare 2013, der Messe für Rehabilitation, Pflege, Prävention und Integration. Dem Treffpunkt für alle, die sich für ein selbstbestimmtes Leben interessieren. Ich bilde Hallerziehungspflegekräfte, Hallerziehungshelferinnen und Helfer aus und dementsprechend muss man sich informieren und muss man natürlich auch den Schülerinnen und Schülern ein gutes Vorbild sein. Ich habe eine eigene Firma in Holland, mache Import von bestimmten Produkten und gucke morgen, ob ich dann vielleicht noch etwas Neues finde, was wieder in Holland interessant sein könnte. Ich bin eigentlich aus dem Königreich Bahrain. Wir kamen hier, um zu sehen, was die Neues in der Disabled-Technologie ist, um zu verstehen, was neue Technologien kommen und um andere Menschen zu treffen. Mich interessiert es hauptsächlich, was es Neues an Rollstühlen oder Badezimmermaterialien gibt für Behinderte. Wir haben einen 18-jährigen Sohn, der körperbehindert ist und wir möchten uns informieren, eventuell über Autos, über Zuschüsse, wie man etwas beantragt und allgemein uns informieren. Ich hoffe, dass ich hier viele Neuheiten sehe, die ich dann auch in die Praxis umsetzen kann. Ich möchte mich informieren. Ich habe einen Bruder, der behindert ist und um den kümmere ich mich und da möchte ich schon ein bisschen informiert sein, was so machbar ist. Ich habe gehört, da gibt es auch neue Elektrowellentherapie mit Tiefenwürmetherapie und speziell deswegen bin ich da. Das erste Jahr, dass wir hier kommen, kommen wir aus Kanada, also es wird für uns sehr interessant sein. Wir sind Produkte, also wir entwickeln Produkte und wir produzieren Produkte. Wir sind auch ein Distributor aus Kanada. Als Blinder ist es immer sehr wichtig, zum Beispiel auch ein Telefon zu haben, was sprachgesteuert ist und es gibt im Moment auf dem Markt kein sprachgesteuertes Telefon. Und ich hoffe, auf der RehaCare hier so etwas zu entdecken. Was mich besonders interessiert, sind die neuen Geschäfte, die neuen Innovationen, die hier normalerweise immer gezeigt werden. Also ich hoffe dieses Jahr auch mal ein paar sehr gute Kontakte aufzubauen und dafür glaube ich, ist RehaCare einfach super.